Musik Ja, schon wieder eine Unterbrechung. Gott, mein Gesicht ist mittlerweile so rot, dass man es von China aus sehen kann. Und die gute Nachricht ist, ich hab's geschafft. Ich zeig euch das nochmal kurz, dass ihr denkt, ich hab mich da hochgeschickt. Nein, Moment. Was soll ich jetzt mit dem los? Das war ungefähr hier, an der an dieser Stelle war. Ich hab's wirklich geschafft, ohne Mist. Das war hier, genau hier ungefähr. Hab' der gesehen, wo ich gestehen bin. Ich bin dann mit einem Hubs gehupft. Komm, jetzt glaubt mir das wieder keiner, nur weil keine Aufnahme gelaufen ist. Gott damn it, ist das scheiße. Ja, ja, ich hab's wirklich geschafft, meine Herren. Ungefähr hier, ja, hier bei dem komischen... Da ist er dann hochgeschumpft, ne, und hat sich gedacht, Gott, ich bin der Held über... Ich bin der neue Inus, der Klettergott des Südens. Hier war's, genau hier. Also gut. Gehen wir weiter. So. Hoffentlich klappt das jetzt, ne, weil... Ich speier hier nochmal kurz ab, weil es ist... Ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder rauskomme aus dem Kloster. Das kann nämlich auch sein, ne. Also so sieht das dann ganz... das Ganze dann von innen aus. Schick, ne. Ja, so ein Mosaik... Oder Kopfsteinpflaster, wie man auch immer das... Nein, Kopfsteinpflaster ist was anderes. So halt, gefühlt gepflastert, so. Habe ich bei Sims auch immer gemacht. Hier ist dann normalerweise der Weg raus, aber ich glaube, das ist unser gepflixt. Egal, es gibt dann noch einen Weg raus, aber... Ich hab noch keine Ahnung, ob der funktioniert. Äh, das ist halt so ein... Ja, egal. Der eigentliche Grund, warum ich euch... Warum ich euch ins Kloster hier entführe, ist... Nee, nicht, dass ich mir irgendwie den Feuermargin anschließen wolle. Es hat einen ganz anderen Grund hier. Der gute Kerl da hinten... Nein, nicht vergessen. Der soll er ruhig aber auch vergessen, was ich jetzt mit ihm machen, mit dem Garvik. Gute Nacht mit Rosen. Hammer Innos. Wiedersehen. Und der hat da nichts gesehen. Der Tellur, glaube ich, heißt da. Unglaublich, ne. Der heilige Hammer Innos. Damit kann man... Da ist bestimmt, um eine... Ein ganz bestimmtes Monster zu töten, aber sonst... Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal... Hier, der hat... Hier, wäre nicht einschätzbar und... Fragezeichen, aber... Ich benutze ihn einfach mal, weil er einfach nur geil aussieht, oder? So, die hoff... Hoffentlich kommen wir hier wieder auf dem Kloster raus. Ich bin hier auf so einem Beach. Das habe ich mal gesehen. Oh... Fast, der war draußen. Habt ihr es gesehen? Der war fast draußen. Komm. Haben sie es scheinbar auch gefixt. Die fixen noch neulichs alles. Ah, jawoll. Wir sind draußen. Wo, wo, wo. Auf zu packen, Junge. Das musste doch alles nicht. Jetzt sind wir hinterm Kloster. Jetzt kommen wir. Schönes Graffiti hinspringen, wenn wir mal wollen. Das würde keiner checken, oder wir können es kaputt schlagen. Geile Sache. Aber nee, wir gehen einfach wieder den normalen Weg zurück. Wir sind ganzartige Burschen. So, ich will aber nicht durch so ein Atschloch... Hier ist... Genau hier war das. Hier geht es auch noch mal rein. Hier. Hier seht ihr. Haben sie extra so einen kleinen Kaufenden gemacht. Die wollten... Also es gibt wirklich... Immer den Weg, wie man reinkommt. Es gibt einen Weg, wie man... Ohne an den Stadtwachen hier vorbeikommt. Ohne... Was zu zahlen. Also... Äh, Quatsch. Ohne halt... Also einfach halt in die Burg reinkommt. Oh, 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 oh. Coole Sache. Wir haben es fast überlebt. Habe ich euch hier gezeigt. Da gibt es so einen... Wie man zum Großbauern kommt. Ohne... An der... An der Söldnerwache vorbeizukommen. Und Scheiße. Der Baum steht in die Luft. Auch nicht schlecht. Scheiße. Jetzt hängen wir da unten schön fest. Oh. Ja. War umgewollt. Ich gebe es zu. Das war Noob-like. Aber... Wir haben es hier hoch geschafft. Ehrlich, ehrlich. Ich habe es das wirklich geschafft. Dann haben wir da reingekommen. Haben den komischen eingeschlafen. Sind durch einen Bug. Ja, ich gebe es zu. Bug-Using wieder rausgekommen. Aber es waren keine Cheats. Und das war jetzt einfach nur Dummheit. Da wäre ich auch so wieder vorbeigekommen. Also... Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Hammer Innos wirklich was bringt. Für uns. Wir werden es dann schon sehen. Wenn nicht, dann legen wir dann einfach wieder ab. Ne, Hallok? Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank.